3000 Euro Inflationsprämie für Rentner, kommen die jetzt tatsächlich doch? Ist es nun tatsächlich so, dass ein ähnliches Szenario passieren wird, wie damals bei der Energiepreispauschale? Erinnern Sie sich daran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Diese 300 Euro, bei denen hieß es zunächst, Rentner bekommen diese nicht, die haben ja eine üppige Rentenerhöhung erhalten. Dann gab es massiven Protest, zu Recht von vielen Rentnern in Deutschland und dann ist die Regierung eingeknickt und ganz am Ende, wenn auch spät, man sagt ja so schön, besser spät als nie, haben Rentner diese 300 Euro Energiepreispauschale auch erhalten. Passiert nun das Gleiche bei der Inflationsprämie, bei den 3000 Euro. Bevor ich auf die Details zu dieser Thematik eingehe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch ganz kurz in eigener Sache. Mein Team hat mich darauf hingewiesen, dass 80% aller, die meine, die unsere Videos regelmäßig anschauen, den Kanal noch gar nicht abonniert haben. An der Stelle, wir würden uns freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren, das kostet Sie außer ein paar Mausklicks selbstverständlich nichts. Aber Sie machen uns damit eine große Freude. An der Stelle schon danke dafür. So, nun aber endlich zur Thematik. 3000 Euro Inflationsprämie, viele haben Sie erhalten, nur Rentner natürlich nicht. Traurige Wahrheit. Aber sollen die jetzt tatsächlich doch kommen? Meine Damen und Herren, um was geht's? Ich hole mal insofern aus. Eine Zuschauerin hat mich angeschrieben. Ich lese Ihnen das gerade ganz kurz vor. An der Stelle vielen Dank für den Hinweis. Ich lese Ihnen das einfach mal ganz kurz vor. Also, die Zuschauerin schreibt, sehr geehrter Herr Rott, Ich habe mich als EM-Rentnerin mit Pflegegrad nach 20 Jahren krankenpflegende Tätigkeit in der Notfallversorgung und OP sowie Opfer von Behandlungsfehlern mit folgender chronischer schweren Erkrankung und so weiter über eine Möglichkeit zum Erhalt der Inflationsausgleichsprämie für Rentner informiert. Laut der Sozialverbände gab es folgenden Hinweis. Also, schreibt die Zuschauerin, es sollte eine Petition geben und sie schreiben nun weiter, alle Rentner sollten sich dieser Petition anschließen. Es geht um die 3000 Euro steuerfreier Inflationsausgleich. Liste ausdrucken, unterschreiben und im besten Fall Unterschriften sammeln, gehe ich gleich noch drauf ein und dann an die entsprechende Adresse schicken. Die liebe Zuschauerin hat mir dann auch den Link mit dazu gegeben und dann nehme ich sie gleich mit aufs Laptop. Mit Rücksprache des VdK schreibt die Zuschauerin, soll man diese Petition unterstützen, sonst wird es in Berlin nichts für uns Rentner. Und die Zuschauerin bittet mich, vielleicht haben sie Interesse, diese Petition, welche bis zum 31. Mai 2024 läuft, zu unterstützen und diese auf ihrem YouTube-Kanal zu veröffentlichen vorzustellen. An der Stelle natürlich, ich setze mich hier mit meinem Thema auf diesem Kanal für Rentner ein und selbstverständlich unterstützen wir natürlich auch dann eine solche Petition, wenn die von einem Sozialverband gemacht wird. Und von einem Sozialverband, da sind wir beim Thema. Ich nehme Sie da einfach mal kurz mit auf meinem Laptop. Den Link zu dieser Petition stelle ich Ihnen selbstverständlich unten in die Videobeschreibung und dann können Sie das tun. Und der Link, das ist genau das, was ich jetzt mit Ihnen gemeinsam auf meinem Laptop durchgehe. Sie sehen es hier, der Sozialverband Deutschland, Inflationsausgleich für Rentnerinnen und Rentner jetzt. 3.000 Euro, weil es die Gerechtigkeit erfordert. Seit 2021 liegen die Rentenanpassungen unter den Inflationsraten und decken bei weitem nicht die Teuerung bei den Heizungs- und Energiekosten, den Mietsteigerungen, bei Medikamenten und besonders bei Lebensmitteln. Das Geld reicht bei vielen Rentnerinnen und Rentnern kaum noch bis zum Monatsende. Und das ist genau das, meine Damen und Herren, ich habe es ja auch oft schon berichtet. Genau das ist die Lebensrealität vieler Rentnerinnen und Rentner, die leider, ach so, traurige Lebensrealität. Lassen Sie uns gemeinsam weiterlesen. Und zu Recht haben die Gewerkschaften bei den letzten Tarifverhandlungen einen Inflationsausgleich für die Arbeitnehmer in Höhe von 3.000 Euro erstritten. Der öffentliche Dienst hat ihn ebenfalls gezahlt und auch die Bundes- und Landespensionäre konnten sich über diesen Ausgleich freuen. Hier können Sie bis zum 31. Mai unterschreiben. Da ist dann auch das Formular verlinkt. Das können Sie anklicken, zeige ich Ihnen gleich, herunterladen. Und der Sozialverband schreibt hier noch weiter, der soziale Frieden basiert auf Gerechtigkeit, sehe ich ganz genauso. Deshalb fordern wir, der Sozialverband, von der Bundesregierung jetzt auch für Rentnerinnen und Rentner in unserem Land einen Steuer- und Abgaben- und anrechnungsfreien Inflationsausgleich von insgesamt 3.000 Euro. Rentnerinnen und Rentner dürfen in Deutschland nicht abgehängt werden. Genau meine Rede, meine Damen und Herren, wie ich vorhin schon sagte, selbstverständlich unterstütze ich auf diesem Kanal diese Petition und kann ich nur empfehlen, wie gesagt, hier ist in der Videobeschreibung zunächst der Link, wie Sie auf diese Homepage gelangen. Und dann hier im Text ist die PDF-Datei verlinkt. Ich öffne diese hier und zeige Ihnen ganz kurz der Text, der hier nochmal steht. Sie sehen, Sozialverband Deutschland, auch der VdK ist mit drin, wer die aktiv werden, AWO, IG Metall, Seistrom. Der Text ist nochmal der gleiche, den ich auf der Homepage gerade vorgelesen habe. Das ist das Formular, da ist die Information nochmal drin. Der soziale Frieden basiert auf Gerechtigkeit von Berlin, von der Regierung fordert der Sozialverband mit dieser Petition nun auch einen, und das ist genau das, wo ich sage, so muss es sein. Der muss steuerfrei sein, der muss abgabenfrei sein und der muss auch anrechnungsfrei sein auf andere Renten oder was auch immer an Bezüge, Wohngeld, was auch immer. 3.000 Euro komplett brutto wie netto für alle Rentner. Das fordert der Sozialverband mit dieser Petition von Berlin und relativ einfach, Sie sehen es, Name, Vorname, Postleitzahl, Wohnort. Der Sozialverband bittet darum vom Prinzip, Sie können da gerne noch weitere in Ihrem Umfeld, Freunde, Familie, Bekannte, Unterschriften sammeln, unterschreiben lassen. Selbsterklärend Name, Vorname, Postleitzahl, Wohnort, die Unterschrift und dann da unten steht es, Liste mit Unterschriften. Bitte senden an Sozialverband Deutschland, Landesverband Schleswig-Holstein e.V. die entsprechende Straße in Kiel. Ja, meine Damen und Herren, selbsterklärend brauche ich nicht viel dazu zu sagen. An der Stelle nochmals vielen lieben Dank an die Zuschauerin, die mir diesen Hinweis gegeben hat und selbstverständlich unterstütze ich diese Aktion hier auf dem Kanal. Und ansonsten soll es das nun für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, das war hilfreich für Sie und ich drücke Ihnen von Herzen die Daumen, dass das, dass zum einen ganz viele Unterschriften zusammenkommen und dann auch, dass das auf alle Fälle Gehör in Berlin finden wird. Der Sozialverband schreibt, das denken Sie dran, bis, ich schaue nochmal nach, war glaube ich der 31. Mai 2024. Genau, 31. Mai 2024. Bis da kann, oder läuft die Petition und wie ich es bereits sagte, ich drücke Ihnen die Daumen, dass da ganz, ganz, ganz viele Unterschriften zusammenkommen. 22 Millionen Rentner müssen doch in Berlin eine Stimme haben, das muss doch Gehör finden. Bei der Energiepreispauschale, bei den 300 Euro hat es doch seinerzeit auch funktioniert. Da wurden die Rentner auch laut gerne hier, wie gesagt, den Sozialverband unterstützen. Ihre Stimme zählt da, die setzen sich für Sie in Berlin ein. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das funktioniert, dass Sie die notwendigen von Ihnen sehr stark benötigten 3.000 Euro dann doch auch noch im Nachgang erhalten. Ich wünsche es Ihnen allen von Herzen, wie gesagt, ansonsten soll es das von mir für dieses Video gewesen sein. Gerne sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Das war es von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.